hallo freunde willkommen zurück so wie versprochen geht es los und ja ich gehe direkt weiter mit der reaktioniert ja ich halte mich lieber in die straße wenn ich nicht weiß wo die minenfelder sind das ist ja jetzt merkwürdig jetzt ein komischer soundglitsch im auto und dann schmiert die karre ab sehr schön so crowdazzle crowdazzle das ding oder das ding naja fahren wir mit nem erzengel ja das hat den vorteil dass ich bewaffnet bin und nass hab und so soo Mädels ja auch hier wieder ich hab keine ahnung wo die minenfelder sind hehehe oh leck mich am arsch was ist denn hier los ganz schön viel verkehr und ganz schön wenig frames per second hahaha soo soo gerade noch so aber muss ich schon sagen ja das Spiel läuft echt nicht gut hier oben boah leck mich am Ratsch so okay gut also das Rennen gewonnen dann ab zu der Vogelschläuche hier ach ja oh man ja da sind vielleicht auch die Dünenreifen auf der Straße nehmen wir das hier irgendwie alles ein bisschen versauen aber in allem geht das schon lieber die Dünenreifen auf der Straße als die Straßenreifen in der Düne so gut haben wir das auch geklärt dann hier ab zur nächsten woher woher wenn man schon mal da ist so dann so also okay i call the hump back now so 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 Na, was habt ihr denn hier gemacht? Da wird Mutti sich aber nicht freuen. Wie sieht denn das hier aus? War ich denn nicht schon mal? Doch, ne? Nö, anscheinend nicht. Ach komm, kaum schon nachts. Ja, danke. So. 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 Schade, wir müssen mit unserer Schöne Mission gehen. Hehehehe Hehehehe Nah, Jungs, scheckte aus, aber gut Boah, das war mal hier, Effizienz pur Okay, also dann Auf zur nächsten Vogelscheuche Ist das hier nicht wieder eins von den Autos, was man aus dem Sand ziehen kann? Nee Okay, gut Dann fahr ich mal zu der Vogelscheuche Macht die auch noch platt Das Lager lasse ich mal kurz links liegen Hier ist doch Minenfeld Ich weiß es doch Ja So, eben Ich wollte es nur auf der Karte markiert wissen Dann muss ich von hier kommen Irgendwie Gut, dann ist es hier so die Episode des Kleinkrams, wenn man so möchte Reden wir mit Leuten, machen Zeug platt Ja, hey, danke Habe ich schon abgebaut So, okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht Ich käme jetzt hier über diese kaputte Ja, doch Ah, eben genau so, wie ich es mir vorgestellt habe Hat das auch funktioniert Na, oder auch nicht Scheiße Okay Ich bin von der anderen Seite Dann hole ich das mit dem Donnerstecher kaputt, das Ding Was Er schießt da mit auf den Vogel Ich glaube es ja nicht Na Na Dann wird es vielleicht einmal noch, he Na wohl So Dann krallen wir uns das Lager da unten noch Oh, die Lootzone Ist eigentlich eher passender als ein Lager Ist eigentlich wirklich ein Lager Oh, da ist ein Sniper hier Ah, wo ist die hier noch gehen Oh, da ist ein Lager Da ist ein Lager Oh, da ist ein Lager Oh, da ist ein Lager Hehehehe Gut, ok, na komm hoch, ich hab keinen Bock da runter zu latschen Bist du wieso tot? Gut, malzerahn I don't mean to question your saintly methods but the angel, Cosmary, were to go to the Father Hmm Gut. So, dann Ja, mache ich das hier noch eben. Ja, ich lasse es durchgehen, ich hatte es schon wieder hier, hab gedacht, das sah bei mir auf dem Bildschirm aber anders aus, aber ne, einfach nur scheiße gefahren. Ja, super, okay, die sind tatsächlich auf der Brücke, ne? Keine Lust auszusteigen. So. 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 Was haben wir denn hier? So. Die meisten haben sich sterbend im Schlamm zurückgelassen. Dabei hätten die verdammten Idioten sich bloß rechtzeitig am Riemen reißen müssen. Triff mich im Bunker, Baby. Leona. Genau. Aha. Aha. Tja, so kann es gehen. So. Das hier ist auch, okay, genau, das ist ein Lager. Ja, dann holen wir uns mal den Intel ab hier. So. 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 So wie gesagt, die neue Festplatte hat gar nichts gebracht. So. sudden. Wie gesagt. Wir haben einen heterabyte hybriden Plan. der drang Lager, Zwilling, Schwestern. Dieses Lager besteht aus zwei rostigen Silos. Eins der Silos hat nur einen Eingang, doch das andere hat zwei. Die Hauptverteidigungskräfte befinden sich oben auf den beiden Silos. Zusätzliche Informationen auf dem Dach sind Sniper postiert. Die Tanks für die Flammenrohre befinden sich auf dem Dach. Okay. Nur mal so, Interessen halber. Okay, da ist ein Scharfschütze. Warcryer. Timer. Ja, aber sieht aus, als kann ich von hier aus da eindringen, denke ich. Ja, hey, im nächsten Teil. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Es, ja, bleibt und wird episch. Macht's gut, bis dann.